Hallo Leute, ich habe mir Gedanken gemacht, es kam mir öfter die Frage so, shit man, bist du fett geworden, hier, voll fett, sieht man, ja fokussier mal, ja sieht man hier kaum noch alles, alles schwabbelig, ganz schlimm, wie viel will ich denn noch zunehmen, oh, Musik geht aus, hat mein Kamera ein Problem mit dem fokussieren, ja, wie viel will ich denn noch draufpacken, ich wiege ja schon 100 Kilo, ja, und außerdem war hier auch die Frage so, wenn ich auf einen Powerlifting Wettkampf gehe, ja sowieso erst in einem Jahr, wenn ich mal gute Werte habe, jetzt ist das im Moment noch alles sehr beschämend, Squats waren schon immer meine Schwäche, Deadlift, naja, kann ich gerade nicht mehr sein, Ich habe heute wieder probiert, ähm, ja, ich glaube, ich blende das mal ein, es war halt einfach, ich bin noch nicht damit zufrieden, der Rücken ist halt nicht optimal, ich komme halt einfach noch nicht richtig in die Startposition, mit Gewalt kann ich mich sozusagen festzuhren, kann ich meinen Rücken gerade ziehen unten, ähm, aber sonst, Aber das ist eigentlich nicht das Thema, sondern, die Frage ist, wie schwer werde ich noch, und, ähm, werde ich noch, ähm, ja, wie weit will ich runter diäten für einen Wettkampf, und das Ding ist, ich bin 1,90 groß, mit Glück werde ich noch ein bisschen größer, Ah, doi, 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 bitte, 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 1,90 finde ich schon knapp, ich würde gern safe über 1,90 sein, so 1,95 wäre geil, ob man jetzt mit 18,5 Jahren noch so viel wachsen kann, Äh, man weiß es nicht, ähm, wahrscheinlich nicht, ähm, also viel größer werde ich nicht mehr werden, leider, leider, ähm, 1,90 bin ich groß, ähm, das Ding ist, Gewichtsklassen technisch mäßig 93 Kilo, uh, das wird eng, jetzt würde ich es gerade noch schaffen, Aber, wenn ich weiter trainiere, und weiter ordentlich Muskeln aufbaue, hm, 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 dann, ja, werde ich sicherlich, wird das für mich ganz schön hart werden, In die 93 Kilo Klasse zu kommen, und, ähm, deswegen habe ich das aufgegeben, und, ähm, generell werde ich jetzt einfach trainieren, 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 Gucken, wie schwer werde ich, und, aber da generell nicht so den Fokus drauflegen, hm, 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 hm totale kraft also sozusagen wie stark jemand ist so in kilogramm oder relative kraft wie stark jemand ist im verhältnis zu seinem körpergewicht und ja da hat jemanden bruch gepostet der war auch top kommen die völlig ganz gut klar ist in der jungle also im endeffekt mehr als mehr ich bin stärker als du es ist mir scheißegal wenn du leichter bist und meinetwegen vierfaches körpergewicht sind ganz und ich kann nur dreieinhalbfaches körpergewicht ziehen ich ziehe mehr als du stärker das willst du ja das ist genau selbe wie beim kämpfen das ist halt einfach nur damit die dünnen leute andersherum ist es dann natürlich immer so hin so wenn ich kann ich bin ich bin halt einfach schwächer als der weltrekord halter vom vom deadlift sage ich jetzt weil ich werde auch nie 460 kilo ziehen können so schnell wird jetzt auch nicht werden weil das die andere sache die ich noch drauf wollte dieses sehr unawake classes in the jungle das hat mich nämlich so ein bisschen nachdenken lassen weil im endeffekt heißt das ja wenn man das ist das ist so dieses konzept von wegen dass man dass es irgendwie nutzen hat diese kraft und im endeffekt ja in der heutigen zeit braucht man diese kraft eigentlich gar nicht aber das ding ist wer hätte denn im dschungel wirklich die besseren überlebenschancen und das ding ist diese über fetten kugel power lifter focus die hätten im dschungel jetzt auch nicht so die krasse überlebenschancen weil sie halt einfach nur kraft haben aber auch nichts anderes und langfristig gesehen will ich halt eigentlich schon so andere sportarten gut ausführen können so sprinten wäre geil noch mal so ein bisschen crossfit mäßig olympisches gewicht geben aber generell sprinten springen langlauf jetzt nicht unbedingt das ist scheiße das ist auch nicht natürlich ja marathon ist ein anderes thema das ist scheiße braucht niemand und also sprinten und springen werde ich auf jeden fall noch machen das ist jetzt megfit leider nicht so nicht so möglich müsste man irgendwie auf einen anderen sportplatz gehen oder so aber langfristig gesehen auf jeden fall möchte ich mein gewicht oder meine physik meine leistung so darauf orientieren dass ich praktisch am leistungsfähigen bin sowohl kraft als auch ja als auch so andere sachen sprinten springen vor allem und deswegen mache ich einfach weiter trainier einfach weiter und möchte mich nicht unbedingt von von gewichtsklassen einschränken lassen mal schauen höchstens werde ich noch mal für die optik definieren oder so aber jetzt zählt erstmal das beste aus sich rauszuholen so stark zu werden wie möglich und natürlich natürlich nicht so fett zu werden weil es einen irgendwann in anderen dingen behindert versteht ihr was ich meine also stark werden aber nicht so fett werden dass es echt schlimm wird ciao ciao ciao